Der Dänische Design Angefangen hat alles 1952, in der dänischen Heidelandschaft, in einer kleinen Stadt namens Herning. Hier entschlossen sich zwei Tischler, eine Möbelmanufaktur zu eröffnen. Sie waren bescheidene, begabte Menschen und leidenschaftliche Handwerker. Ihr Credo lautete, aus jeder Idee das Beste zu machen. Sie hatten die Vision, Möbel zu entwerfen, die nicht nur gut aussehen, sie sollten außerdem funktional, individuell anpassbar und erschwinglich sein. Die Wurzeln dänischen Designs basieren auf den einfachen Dingen des Lebens, wie der Liebe zur Natur, Authentizität und eigenen Erfahrungen. Boh Concept baut auf diesem Erbe auf. Jede Linie, jedes Detail eines Möbelstücks basiert auf dieser Designtradition. Bei der sich Schönheit in der Klarheit der Formen zeigt. Bei der Kunden individuelles Design genauso wichtig ist wie der Look. Und bei der ein guter Preis das Ergebnis von durchdachten Entwürfen ist. Von Anfang an basierte unser Möbeldesign auf solidem handwerklichem Können. Kein Detail war zu klein, nicht beachtet zu werden. Harte Arbeit, Geschick und der Respekt vor hochwertigen Materialien waren unsere Schlüsselwörter. Und sie sind es noch heute. Unsere Ideen entstehen zwar hier in Dänemark, aber unsere Inspiration finden wir in den Metropolen der Welt. Auf diese Art verbinden wir das beste dänischer Design-Tradition mit den urbanen Trends von morgen. 1993 haben wir uns aufgemacht, die Welt davon zu überzeugen und sie zu erobern. Mit der Eröffnung unseres ersten internationalen Boh Concept Stores in Paris. Aber schon bald war klar, dass durch die Schlichtheit dänischen Designs kombiniert mit ausgesuchten, veredelten Details unsere Möbel auf elegante Weise passend für jeden Lifestyle und Geschmack sind. Für uns ist es selbstverständlich, dass die Funktionalität unserer Möbel, deren Schönheit nicht im Weg steht. Wir würden Ihnen niemals vorschreiben, wie Sie zu leben haben. Wir möchten Ihnen vielmehr dabei helfen, so zu leben, wie Sie es sich wünschen. So dass Sie sich in Ihrem Zuhause auch Zuhause fühlen. Sei es in Paris oder in jeder anderen Stadt. Das moderne, chaotische und manchmal hektische Leben einer Stadt inspiriert uns und bildet einen dynamischen Kontrast zu der Geradlinigkeit und Schlichtheit dänischen Designs. Metropolen sind die Orte, wo Kontraste aufeinanderprallen. Unterschiedliche Kulturen, Vorlieben, Lebenskonzepte. Hier gibt es Raum genug, sich individuell auszudrücken. Wie gut das großes Design keine Grenzen kennt. Ob Sie nun Bo-Konzept in New York besuchen oder in jeder anderen Großstadt dieser Welt. Sie haben die Wahl. Unser Design richtet sich exakt nach Ihren Wünschen. Wie maßgeschneidert. Es gibt Ihnen Freiheit. Und damit die Möglichkeit zu tun, was Sie wollen. Neue Traditionen zu schaffen. Neue Ideen zu entwickeln. Neue Lebensentwürfe auszuprobieren. Eine ganz neue Welt. In Shanghai erfährt man neue Entwicklungen in einem unglaublich rasanten Tempo. Ein besonderer Ort, an dem das Neue dem Alten begegnet, das Schnelle dem Bedächtigen und das Chaos der Ruhe. Aber es gibt Dinge, die werden sich nie ändern. Das Grundbedürfnis, sich zu Hause zu fühlen. Das ist in Shanghai genauso wichtig, wie an jedem anderen Ort der Welt, an dem Bo-Konzept schon angekommen ist. Seit 1952 haben wir ein großes Stück Wegstrecke hinter uns gelegt. Dabei sind Funktionalität und Individualität immer ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit gewesen. Und Sie werden es bleiben. Indem wir aus jeder Idee das Beste machen. Ohne Kompromisse. Egal wie klein oder groß Ihr Zuhause ist. Indem wir mehr entwerfen als einfach nur Möbelstücke. Dinge, die Ihnen dabei helfen, das Leben leichter zu machen. Und schöner. Wo auch immer auf der Welt Ihr Zuhause ist. Ein Zuhause, das sich auch wie eines anfühlt. Wir möchten, dass Ihnen unser Design gefällt und dass es zu Ihrem Leben passt. Das ist der Kerngedanke, der Bo-Konzept von Anfang an geprägt und geleitet hat. Und der uns auch weiterhin einzigartig macht. Damit Sie in Ihrem Zuhause Ihre eigene Geschichte erzählen können. Bo-Konzept Urban Danish Design Since 1952 Bö constrained Von Anfang an geprägt und wenigstils